Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück. Heute geht es weiter und zwar mit Exceptions natürlich. So, wir kennen natürlich auch schon Funktionen und so weiter und so fort und ja, heute will ich euch zeigen, wie man selbstständig Exceptions werfen kann. Das ist durchaus sinnvoll, es gibt sogar sowas, das nennt sich Exception Driven Programming. Ja, da hat man eigentlich sowas wie Null gar nicht, sondern man zwingt einfach jedes Mal, wenn was schief geht, eine Exception auf und man zwingt sozusagen den Aufrufenden, also denjenigen, der die Funktion aufruft, die ganze Zeit dazu, Funktionen zu schreiben, beziehungsweise mit Fehlern umzugehen und falls eben ein Fehler auftritt, dann muss man eben in der Aufrufenden Funktion die ganze Zeit damit umgehen können und so weiter und so fort. Das macht man normalerweise in Kotlin nicht, denn Kotlin hat ja diese wunderbare Null-Funktionalität. Allerdings ist es trotzdem sinnvoll, Fehler zu werfen, wenn etwas schief geht, was wirklich schief gehen kann. Also zum Beispiel, wenn man eben sich mit dem WLAN verbinden möchte und es besteht keine Verbindung, dann kann man durchaus einen Fehler zurückgeben, der dann sagt, hey, Internetverbindung ist nicht da. Und den kann man dann natürlich auch dementsprechend managen. So, und deswegen will ich euch heute zeigen, wie man eben hier Fehler zurückgeben kann in Funktionen sozusagen. Oder was heißt zurückgeben, aber werfen vor allem. Und ja, das geht relativ einfach. Wir schreiben uns eine Funktion, myWrongFunction und die macht erstmal nichts. Die gibt einfach nur 42 zurück und ist deswegen vom Typ int. So, und jetzt kann hier bei dieser Berechnung etwas schief gehen. Und was wir da machen ist, wenn etwas schief gehen kann, also if von mir aus Error, ja, dann mach folgendes und zwar throw. Und bei throw können wir einfach sagen, wir wollen etwas zurückgeben wie einen Fehler. Das heißt, wir werfen quasi wirklich unseren Fehler. So, und wie wir das machen, ist, wir schmeißen als allererstes mal eine absolut allgemeine Nachricht. Das heißt, wir sagen einfach nur throw Exception. Ja, wir können auch eine Arithmetik-Exception throwen. Wir können alles throwen. Also wir können hier auch einfach Arithmetik-Exception reinwerfen. Und, aber in unserem Fall machen wir jetzt einfach mal hier eine Exception. Wir werden noch lernen, wie wir richtige Exceptions schreiben. Und sagen, ähm, here is something very much broken. So, ähm, das war das schlechteste Denglisch, was ich hinkriege. Ähm, genau. Und wenn wir das jetzt aufrufen, zum Beispiel direkt hier oben, ja, dann machen wir einfach mal hier Print, weil wir erwarten ja, dass ein Int zurückkommt. Also throw ist jetzt nicht abhängig von dem Typ hier, sondern wir erwarten einfach direkt, dass hier ein Int zurückkommt. So, äh, und das heißt, wir sagen my wrong function, Klammer, Klammer. So, und was jetzt passiert ist folgendes, ups, was jetzt passiert ist folgendes. Wir sehen hier, here is something very much broken, okay? Und das ist im Endeffekt der Fehler, den ich geschmissen habe. Das ist vom Typ Java lang Exception. Das ist dann die Nachricht, here is something very much broken. Das ist die Nachricht, die ich hier reingeschrieben habe. Und hier hinten dran zeigt es mir auch an, wo dieser Fehler aufgetreten ist. Jetzt kann ich selbstverständlich auch hergehen und kann diesen Fehler hier try und catchen, ja. Also mit einem try. Ups. Try und mit einem catch. So, und jetzt muss ich hier allerdings meine gotta catch em all benutzen, weil das ist einfach nur eine Exception und kein speziellerer Typ. Und dann printe ich einfach mal eh so aus, okay? Und danach wird der Code quasi weiter ausgeführt, weil das kennen wir ja von try and catch. Das heißt, wir kriegen hier eine Exception, die wir selber geworfen haben. Und dann geht es einfach ganz normal weiter, indem wir hier dieses x ausgeben, indem wir hier den Array von 3 ausgeben und so weiter und so fort. Und ja, das heißt, wir haben hier unsere eigene Exception geworfen. Jetzt kann man das, oder sollte man das normalerweise auch noch deutlich besser machen, indem man hier zum Beispiel einfach nicht eine Exception wirft, sondern einen eigenen Typ für diese Exception. Also zum Beispiel hier Example Exception, weil das ist ja nur zum Beispiel zum Demonstrieren von Exceptions. Sprich, hier sollte ich eigentlich hergehen und eine eigene Klasse für diese Exception bauen. Und das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Wir hören uns, bis dann. Ciao. Ciao.